Yo, servus Leute, was geht ab? Ich habe die Ehre in meinen Weltkamp mitzufahren dieses Wochenende in Lenseheide. Genau, da wurde ich nominiert, richtig cool, hab richtig Bock. Und Freitagmorgen, die Quali ist um 15 Uhr bei mir. Es ist noch so halb 10 morgens, ich habe jetzt gerade zwei Läufe gemacht. Hat gerade leider einen dicken Sturz, also Strecke ist schon nicht so einfach. Aber macht übelst Laune, ich kann ihn euch mal einblenden. Die Stelle mache ich auf jeden Fall, das gäbe ich nicht mehr, das ist mir nicht wert. Genau, dann zeige ich euch jetzt mal noch einen Practice Run, mehr kann ich euch eigentlich nicht zeigen. Leider, genau, dann viel Spaß damit und haut rein, bis dann. Geh, Garme, Deine Kaukau Geh, Garme, Geh, Garme Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020